Ja, Torben Platzer und Network Marketing. Was habe ich durch Torben Platzer über Network Marketing gelernt? Das möchte ich dir sagen. Und ja, ich selbst habe im siebten Monat einen Monatsumsatz von 210.000 Euro gemacht im Network. Das nur mit Facebook. Unterhalb von diesem Video findest du meinen Gratiskurs. 110 Partner in 30 Tagen. Ja, Torben Platzer. Ich denke, jeder der auf Social Media, auf YouTube etc. unterwegs ist, kennt ihn. Und die erste Sache, die ich gelernt habe durch Torben Platzer für Network Marketing ist, mal sein Auftreten. Eines muss ich sagen, Hut ab. Also ich finde Torben Platzer absolut authentisch. Ich finde ihn auch sympathisch. Am Anfang habe ich ihn ein bisschen eigenwillig gefunden, aber er ist jemand, der sich, nicht aber, sondern er ist zum Glück jemand, der sich seine Meinung sagen traut. Also ich kann nur sagen, ich mag seine Art, seine direkte Art. Ich bin auch so ähnlich, muss ich sagen. Das spricht mich sehr, sehr an. Und das war für mich auch wichtig beim Thema Network Marketing. Denn ich glaube, ein großer Fehler ist, wenn man sich verstellt oder wenn man denkt, man muss so sein. Er ist, wie er ist und das ist gut so. Punkt Nummer zwei zum Thema Torben Platzer und Network Marketing ist, und das ist etwas Besonderes, sein Fachwissen. Sein Fachwissen speziell zu Instagram. Ich denke, bei Facebook, das ist nicht so seine Plattform, mit der er gerne arbeitet, aber Instagram, da sieht man, er kennt sich aus. Und ich kann mich erinnern, damals, wie ich im Network Marketing gestartet bin, ein meiner Teampartner hat mir damals Torben Platzer empfohlen. Ich kannte ihn damals nicht und ich habe einfach gesehen, was er bei Instagram macht und wie er sich auskennt, ist unglaublich. Man sieht ja auch die Anzahl seiner Follower, man sieht auch, wie er mit Reels umgeht. Also er kennt sich einfach aus. Also er ist wirklich fokussiert auf Instagram und man sieht auch, was man eben dadurch erreichen kann. Punkt Nummer drei zum Thema Network Marketing und Torben Platzer ist, und das ist eine ganz, ganz wichtige Message, die Message, dass du dein Network Marketing online aufbauen kannst. Ich denke, er ist einer dieser Menschen, wo man sieht, dass es funktioniert. Ich muss sagen, Instagram war nie meine Plattform. Ich habe alles mit Facebook aufgebaut, weil es für mich persönlich noch viel leichter ist. Aber jeder hat so seine Plattform, mit der er gerne arbeitet. Und was man sieht, ist einfach, dass man wirklich Network Marketing online aufbauen kann. Viele machen Network Marketing und haben ein Home Business, wo sie nie zu Hause sind. Aber dank Torben Platzer hat hier Online Network Marketing einen Stellenwert gewonnen. Punkt Nummer vier, mein Gratiskurs. Ja, wie habe ich mit Facebook so viele Vertriebspartner generieren können? In zwei Jahren über 800 direkte Erstlinienpartner. Ich zeige dir das genau. Unterhalb von diesem Video findest du meinen Gratiskurs. Und das ist so meine Meinung zum Thema Torben Platzer und Network Marketing. Rock it. Ciao, ciao, servus.